Jetzt schau dir mal in den Spiegel. Fett bist du geworden. Ich fett? Fett, flimmert und der Ton ist schlecht. Was willst du? Was soll ich mit so einem alten Graffel machen? Früher hast du mich stundenlang angestarrt, als gäbe es für dich nichts anderes. Jetzt hast du nur mehr Augen für diese jungen, flachen Dinger. Dann geh doch zum Saturn. Saturn? Na das ist doch mal ein guter Anfang. Testen Sie Ihre Beziehungskiste. Ist Ihre Technik noch in Ordnung? Saturn, Geiz ist geil!